so mein einkauf gerade hier tötet ich einmal 3 Beeren 1 Beine, 1 Beine, 2 Beine, 3 Beine das waren so wieder die letzten Beine Beine musste ich kaufen, weil Heidelbeeren und so hatten die nicht mehr da alles weg, alles weg gekauft ja, also das habe ich jetzt 1,67 Euro bezahlt und am tollsten waren die Beine die Beine brauche ich für den Maisbereich weil ich esse heute haben wir einen Maisbereich und wir haben jetzt 10 Latterei also gleich vom Fußball Halbfinale 1 Spiel im Platz 3 England 3 das heißt England gegen Belgium hier genau England ok 2 jetzt sie 3